Ja, hallo liebe Zuschauer. Jetzt hier nochmals auf der IWA 2022. Jetzt habe ich den Peter Althoff getroffen. Peter, über was informierst du dich heute hier? Also wie man weiß, ich bin ja Sicherheitsunternehmer. Ich muss mich natürlich immer informieren, was es ganz Neues gibt. Auf der IWA zum Beispiel. Es gibt verschiedene Produkte, die wir immer brauchen. Das Jahr über und was Neuigkeiten natürlich gibt. Mit Waffen will ich zurzeit nicht so viel machen. Wir sind zwar hier am Glockstand, aber ich informiere mich trotzdem noch. Dann brauchen wir natürlich für unsere Sicherheitsleute Uniformen, auch stichfeste Sicherheitswesten und so, weil wir das ja gerade an der Torfront immer brauchen. Das Schlimmste ist für mich jetzt zurzeit dieser Krieg da in der Ukraine und ich wünsche eigentlich allen, dass wir hier einen Weltfrieden bekommen. Ist halt schade, dass jetzt diese Messe so auch ein wenig darunter leidet. Aber das ist halt so und wir müssen das Beste draus machen. Dankeschön.